Marlon wollte mir eigentlich helfen, hier einen Solo-Win zu holen. Also wenn ich jetzt, während der weg ist, einen hole, dann weiß ich auch nicht. Das wäre cool. Wieso kann ich nicht sprinten? Ja, wie kacke. Oh je. Oh mein Gott, ich will rennen. Ich will rennen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ihn umgebracht. Ohne Marlon. Marlon, ich habe ihn umgebracht, ohne dich. Echt jetzt? Ja. Alter. Hier ist noch eine Waffe, aber die brauche ich nicht. Oh mein Gott, nein, da ist noch jemand. Nein. Die soll sterben. Geh doch weg. Oh mein Gott. Ich brauche eine andere Waffe. Ja, jetzt. Nein, Marlon, Marlon. Halt drauf, halt drauf. Es geht nicht. Die lebt nach. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter. Du musst rein, du musst rein. Ich habe Madkills. Soll ich die nehmen? Ja, nimm die, nimm die. Da hinten ist auch jemand. Da. Habe ich gesehen, aber... Warte, wie kann ich nochmal zielen, so, gell? Ja, okay, ich habe. Hast du gerade deine Brille auf, damit du alle Gegner siehst? Ich kann nicht mal... Wirklich, wenn ich die Brille absetzen würde, ich könnte nicht mal das da lesen. Da ist jemand. Marlon. Oh. Ja, der kommt gleich hier hoch, oder? Hm? Der ist da so runtergedingst. Du musst beide Kopfhörerteile aufsetzen, damit du hörst, aus welcher Seite die Schlüsse kommen. Nee. Doch. Ich will aber mit dir reden. Ich renne einfach weg. Da ist jemand, Marlon. Da ist jemand. Nee. Doch. Du hast wenige Leben, ne, Vorsicht. Aber ich kann nicht so weit schießen, gell? Oh mein Gott, Fallschaden. Ich raste aus. Marlon, der kann jetzt auf mich schießen, oder? Kann man sich hier verstecken? Ich weiß nicht, wohin, ich weiß nicht, wohin, Marlon. Marlon, 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 Marlon. Er ist hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wie hinter mir? Wie ist er da hingekommen? Geh, Pushto, Seikon. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll, Marlon, Marlon. Abschießen. Geh da hoch auf den Berg und schieß von oben ab einfach. Und jetzt? Nach unten schauen. Geh auf den Berg, ja? Guck, und dann schaust du einfach nach unten. Aber der kommt doch jetzt safe hier auch hoch. Wo ist er? Keine Ahnung, du schauen. Nee. Wir rennen. Nein, Marlon, Marlon, es geht nicht, es geht nicht. Wo ist er? Ich seh's. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, rechts. Ja. Ich kann nicht. Marlon, es geht nicht. Sieben nebenan auch gehabt. Ich hab sogar geschossen, aber es ging nicht. Scheiße. Geh hier hin. Nein. Doch. Aber dann muss ich ja, wenn die Zone kommt, total viel laufen. Ja. Ja, richtig. Ja, das will ich aber nicht. Aber wenn ich so gleite, dann schießen mich doch Leute ab, oder? Ja, aber nicht am Anfang, die Waffen, sondern die Waffen haben. Weiß ich nicht. Die anderen haben auch total viele Waffen bekommen, ohne Grund. Die spawnen ja einfach. Aber das Spiel hat was gegen mich. Bei mir spawnen die nicht. Du hast das auch wieder geändert. Ich war eigentlich vorher hier. Marlon, hier ist... Oh, hier sind Leute. Marlon da auch. Easy, Bro. Ja, da ist's. Gut, ja, rein, tuto. Können wir mal auf den Frühstück gehen, dann statt? Ja, du geh doch nicht zum Gegner. Du musst auch irgendwo hin, wo du Waffen findest. Ja, vielleicht ist hier noch eine. Nee, da war der Gegner schon. Und das ist der Gegner vor dir. Ja, schieß ab. Hau mal da rein. Ich komme nicht weg. Wo ist er? Ja, was machst du? Hau, ja, schau. Hau. Ja, beide. Hau noch drauf. Hau weiter drauf. Ich weiß, das mache ich doch. Es geht nicht. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Hau weiter. Ja. Mann, ich will nicht mehr. Warum weinst du gleich? Weil mich das abfuckt. Ich kann das nicht. Soll ich spielen? Nein, das Spiel ist stressig. Da war ein Fisch, da war ein Fisch, da war ein Fisch. Da geht zurück. Soll du es? Was will ich denn mit einem Fisch? Essen, da hast du Pro-Life. Marlon, hier sind Leute. Nein, nein, nein. Warum kriegst du immer so komisch? Weil ich mich da stress. Da ist eine Waffe, da ist eine Waffe, da ist eine Waffe. Komm mal auf zu quichen, Digga. Ich hole dich gleich in die Fresse. Du hast noch eine Waffe, nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Wir sind hier gerade in einer random Stadt, ne? Das macht mir auch Angst. Reckless Railways bist du. Hab das Bundle auch geholt, so geil. Boah, ich hab das Bundle sogar ihr gekauft. Das heißt, ich hab das Bundle low-key. Marlon, 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 Marlon. Okay. Ich kann nicht anvisieren, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja, Marlon, 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 ich kann mich nicht zählen. Ja, Marlon, ich kann mich zählen. Ich kann nicht zählen, Marlon. Ja, GG, ich bin tot. GG, Alter. Ja, es geht nicht, weil das Ding sich viel zu schnell... Ja, ich bin komplett tot. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin sauer. Ja, okay, nee, war gut. Nee, war gut, war gut, war gut, war gut, war gut. Ich kann mich nicht fassen. Okay, ich komm rein, ich komm rein, ich komm rein, Baby. Chill. Chill, mach doch mich. Nein. Ey! Der hat eine Bombe auf mich geworfen. Ja, ich hoffe, du bist richtig zerbombt von ihm, Digga. Ja, Marlon, was soll ich denn hier machen? Ja, guck mal. Ich kann ja nicht mal richtig zählen, weil ich... Ja, hättest du mich mitgenommen, dann wärst du direkt Dings. Doch. Ich bewegen kann, es braucht nicht mit Controller zu spielen. Das ist richtig scheiße. Ja, hättest du mich direkt mitgenommen, weißt du? Dann hätte ich dich direkt beschützen können. Wir wären noch beide am Leben. Wir würden glücklich bis an unser Lebensende sein. Aber nein, guck mal, du musst ja so egoistisch sein, weißt du. Blöd, blöd, blöd. 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 Blöd, 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 blöd. Blöd, blöd, blöd. Blöd, blöd. Blöd, blöd, blöd. Du, zuletzt gleich. Gehe. Nein, kann man nicht. Was geht's, oder geht's, oder? Hä, die Insel ist nicht mal in der Zone, wir müssen hier wegmalen. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Ja, wo kommen wir runter? An der Seite irgendwo, gell? Schießt du? Ja, ja. Bist du schon unten? Ja, ja. Hä? Digga! Oh! Was hast du gemacht? Ah, warte, warte. Ja? Was hast du? Oh, ich wollte ihn auch abschießen. Du bist ja da, was geht's? Alles klar? Ich kann nicht den abschießen, wenn er krabbelt. Du musst ja den anderen abschießen, du ziehst den anderen ab. Oh, da! Kann ich nicht. Ich kann ja nicht erzielen. Du hast ihn! Nein, das war's nicht. Nein, du hast ihn! Guck, oben rechts bei dir ist der Einkill. Oh, ich bin tot, du musst die Tür werfen, komm. Wo bist du? Hier, hier, unter, 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 unter der Pyramide. Ah, ja. Wie soll ich da rein? Einfach kaputt, dann muss ich Tür werfen. Aber ich kann das nicht neu bauen, ne? Ja, das ist gut. Was muss ich machen? Dankeschön. Hä? Ich hab gar nichts gemacht gerade. Du warst nicht mal tot. Ich wusste es. Du Ratte. Ja, nein. Der ist gut. Der ist ehrlich gut, ja. Das ist heftig gut. Da unten, da unten, da unten. Wo, wo, wo? Ich kann aufnehmen? Der ist im Zug, im Zug. Im Zug? Ja. Aber du musst raus gleich, weil der fährt ja gerade aus. Die rotzonen. Geht das jetzt hier? Hä? Es ist außerhalb von der Zone geschob. Ach man, ich weiß nicht. Ok.